Ah, nicht du schon wieder, was willst du? Ich habe gemerkt, dass du jetzt zwei Monate lang keine Videos gemacht hast. Ich bin doch der Auffahrer, du musst doch Videos drehen. Das weiß ich selber, dass ich nochmal Videos drehen müsste. Und warum tust du es nicht? Ich fand es auf Herz, ich habe jetzt Urlaub gehabt, deswegen konnte ich dir nicht sagen, mach mal wieder Videos. Weißt du, ich wollte Videos drehen, aber ich hatte die ganze Zeit kein Gerät, wo ich irgendwie sagen konnte, jo, das ist richtig gut, damit kann man Videos aufnehmen. Weißt du, ich habe jetzt keinen Bock darüber zu reden. Und wenn ich dir das hier gebe, sag nicht, dass das, ist das das, was ich denke? Oh, wie cool. Diese Scheiße geht überhaupt nicht auf. Du willst mich doch verarschen. Da ist gar nichts drin. Guck mal in deiner Hand. Ja, ist eine Kamera und? Das ist dein Handy. Ach, das ist schon mein... Hi. Das heißt also wieder Videos, Sketches und anderen Bullshit. Kommt wieder. Und, by the way, ich bin auch richtig oft live. Also bis zum nächsten Mal, euer Rollmann Einschau. Ich habe so viele Videos gedichtert. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Vielen Dank.